Sooo, es öffnet das Lager aus. Wo bist du? Am Ausgangsstor an einem. Oh, es ist die neue, ne? Ja. Kämpf dagegen, kämpf dagegen. Ah, sie jagt mich. Die Krähen verraten deine Position. Wann gehen die weg? Du musst dagegen ankämpfen. Ach so. R1 ist Kämpfen. Ja, du machst das schon. Junge, was ist los mit der? Wo ist die? Ich höre überall irgendwas, aber irgendwie sehe ich die nie und dann... Die ist voll gruselig. Hattest du... Die ganze Runde, ne? Ja. Macht immer. Oh, ein Kreis der Heilung hat er. Wieso oben? Also, jetzt hatte der Grimoherd geboomt. War auch nicht so geil. Ja, stimmt. Ist ja nur ein Segen. Merke ich. Ja, ich weiß. Aber die Pümmelchen in der Killerhütte rum. Ohne Scheiße, ich bleib in dem Schrank. Habe nur einen Raben dabei. Ey, die haut das raus auf... Die schickt nämlich die Raben jetzt über die ganze Map, wo Jens sind, weißt du? Nee. Kann man da irgendwas gegen machen? Was ist denn? Er nimmt mich voll mit, jetzt. Wo ist sie? Keine Ahnung. Sehe ich die Raben irgendwie kommen? Kann ich denen ausweichen, oder? Ja, du siehst so ein bisschen die Aura. Ausweichen kann man denen. Natürlich, wenn du sie vorher siehst. So, ich muss gerade... Ich muss mich voll erschrocken. Da kann ich kommen gehen. Ich muss jetzt auch was boonen hier. Mach. Ja, ich weiß aber noch nicht wo. Boah. Hier bei mir am Gen ist irgendwo dann. Hier ist auch... Ich bin jetzt ganz woanders hier. Woher ist das hier? Diese... Ja... Silo. Weißt du? Dieses verrottete Silo. So... Jetzt wird hier... Oh, ist gebohnt, Alter. Oh, ich hab... Ich hab mich wieder erwischt. Man hat ja irgendwie so eine Schockwelle oder so noch, ne? Äh... Eine Schockwelle? Äh... Ich bin hier, äh... Ich bin an... Hier am Ausgang. Komm mal schnell vorbei. Ich? Ja, ich hab dich gesehen. Wo bist du denn? Oh, oh... Ah, da. Ja, aber die ist hinter mir her. Nein, die ist hinter mir her. Boah, ein Viecher. Alter. Ah, da hin ist... Ich seh'n anderes Boden tot hin. Alter, dann geh' ich da hin. Du bist ja voll unzuverlässig geworden. Ja, ich weiß ja nicht, wie das Spiel hier funktioniert. Ich muss die März mal rantasten hier. Leg' jetzt mal einen vor, ne? Nein! Nein! Die hat mich! Wieso? So, geil. Wiggel, 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 wiggel. Yeah. Habe ich irgendwie so ein bisschen hüpft. War ich hier nicht ein... Sieht aus wie die Pizze... Ähm... Konzert... Was hat die gemacht? Rassist. Konzert-Rassist. Eine Französin. So sieht die aus. Oh... Nur, dass die ein bisschen tote aussieht. Wo ist sie? Ist aber langweilig bei dem... Bei dem Toten hier. Kann sich ja nur selber heilen. Ist da gar nix, ey. Pfff... So, ich bin auch da. Ich kann dich jetzt auch... So, komm her. So... Mal fix geheilt. So, komm mal mit. Ich hab da hinten... Ach, da hinten. Und du siehst ja, die macht halt über die ganze Map, ne? Und das heißt, die wird natürlich die... Weil... Sie kann ja glaube ich bis... Oh, hier ist... Naja, ist egal. Sie kann ja die Richtung für die Krähen ja bestimmen. Dann platziert sie die und kann sie dann zu Zeitpunkt X dann losschicken, ne? Und dann schickt sie die natürlich zu mehreren Gems. Und natürlich ist das natürlich effektiv, wenn du Barbecue hast, du siehst dann eventuell wo einer ist, dann schickst du die Raben los. Komm mal, glaube ich. Ja, oh. Ach, dich hat's erwischt, ne? Ja. Hab ich ja mal gesehen. Bin nur mit Absicht nicht ausgewischt, weil ich dir das beweisen wollte. Ich weiß. Ich weiß. Du bist... Aber du kannst wieder kommen eigentlich, ne? Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Schrei mich doch nicht so an, hier am frühen Morgen. Gib mal Gummi. Ja, wie? So, bisher hab ich doch... Bisher hab ich auch noch keinen Gen fertig, glaube ich. Ja, nix auch. Ja, auf gar keinen Fall. Komm mal, komm mal alleine da. Maschallah. Ja, jetzt ist scheiße. Oh. Legacy war da. War gar nicht so schlecht. Ich war da. Achso, du warst da. Ja. Oh, scheiße. Leuchtet Legacy da hinten auch noch. Komm, wir müssen ihn schnell heilen. Ach, der konnte sie... Oh. Oh. Was war das denn? Du warst da. Ich weiß von nix hier. Tschüssi. Der YouTuber, ey. Das ist alles geplanter Skill. Ich wollte nämlich von Grimo Herd ablenken. Ja, sicher. Genau in die Fresse gekriegt schon wieder. Hier ist leider kein Totem. Wer in die Jagd sind jetzt? Drei waren Toten. Wo? Ah ja, mach das mal. Egal. Ich gehe da hinten, wo ich dir die Richtung gesagt habe. Wo du mich heilen könntest, aber versagt hast. Da bin ich jetzt und bohne wieder. Okay. Kann der machen. So, komm, 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 komm. Oh, Keller sogar. Mhm. Kümmert ihr euch ums Abhängen? Oh, scheiße. Ah, die hat zwei gleichzeitig losgeschickt, ey. Ah, die hat zwei gleichzeitig losgeschickt, ey. Ah. Ah. Oh, knapp daneben. Scheiße, ich kann alles nicht. Das ist ziemlich gut, ne? Bist du auch hier? Ja. Wir müssen jetzt da hin. Ich glaube, die kämpft jetzt. Ich häng ab. Du hast geliehene Zeit auch bei, ne? Ja. Nice, die kommt nämlich jetzt. Und wieder weg. Ja, jetzt will sie Legacy haben. Boah. Dann muss ich wieder hin. Boah, ich hab die Gehose. Scheiße. Da, ich war wieder oben. Ach, Mann. Ja, durch das Boot. Achso, und du hast geholfen. Ich dachte schon. Ich hab mal wieder alles geregelt hier. Ja, wir müssen hier, glaube ich, irgendwie was machen, ne? Hat sie ihm noch im Visier oder laufe ich hier jetzt einfach umsonst nach? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, Grimo hat macht einen, äh... Ich mach gerade einen Gen. Ja. Ich glaube, sie lässt ab. Da, ich bin mir nicht sicher mit Legacy. ich weiß es nicht das ist ein genieber 80 prozent obwohl er hat die selbstsegnung noch nicht die selbst genesung hier er wird immer noch gejagt oder wie der legacies bei dir also ich weiß jetzt wusste ich mache ich mache das bei mir an der leg ist ja ich konnte wirklich nichts tun ja schade ja ich mache ein tor auf hier so sie hat jetzt zum tor welche geschickt ich glaube sie will jetzt aber noch gucken ob da jemand ist so ein tor ist auf oh grimo ja das auch hier hinter der hütte quasi bist du jetzt auch raus ne ich finde das tor nicht als ein tor ist auf jeden fall auf ich komme jetzt gucken ja du bist aber ein bisschen falsch muss jetzt hinten links quasi schräg links rechts ist das andere tor das ist aber noch zu ja ja nach rechts rechts hinterm haus jetzt da kommen wir hier on top ist alter ist der comeback gelungen sondern dann aber dann 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 und 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 und